Die Stadt brannte. Der orangefarbene Schein der Flammen erhellte den düsteren Horizont. Das Beben der Explosionen ließ die Scheiben des Atomiums zittern. In Daniels Augen spiegelten sich kilometerhohe Stichflammen, die kurz in den Himmel hinaufschossen und wieder im Nichts verschwanden. Wie zur Antwort bohrten sich Blitze in die Trümmerlandschaft. Die Donnerschläge, die ihnen folgten, brachten halbe Straßenzüge zum Einsturz. Als würde man einen Blick in die Hölle wagen. Daniel fuhr erschrocken zusammen. Sie hatte nicht bemerkt, dass die Kollegin neben sie getreten war. Glaubst du, dass noch Leute in der Stadt sind? Keine Ahnung. Wenigstens sind die da unten mittlerweile weg. Marie deutete auf das Gelände rund um das Atomium. Bis vor wenigen Tagen hatten dort mehrere Motorradbanden kampiert. Daniel nahm an, dass die Plünderer bei ihrer Flucht aus der Stadt die geparkten Krankenwagen gesehen und auf Drogen und Medikamente gehofft hatten. Sie hatten eine herbe Enttäuschung erlebt. Nicht nur, dass die Wagen längst ausgeräumt waren und die Kisten und Behälter in einer der Kugeln untergebracht waren. Es gelang ihnen auch nicht, in das Atomium einzudringen. Denn die Ärzte hatten die Zeit genutzt. Unter Jons Leitung versperrten sie sämtliche Zugänge zu den Kugeln. Sackweise schleppten sie Zement von einer nahegelegenen Baustelle ins Atomium. Jon nannte das ein Veröden gefährlicher Adern. Die ersten Tage hatten sie mit nichts anderem als der Sicherung ihrer Festung zugebracht. Und das hatte sich ausgezahlt. Die bis zum Boden reichenden Verstrebungen hatten sie meterhoch mit Stacheldraht von der Baustelle umwickelt, um jedes Eindringen unmöglich zu machen. Die ausgebrannten Wracks, die von den wütenden Plünderern zurückgelassen worden waren, zeugten vom Erfolg dieser Aktion. Das Atomium war uneinnehmbar. Daniel wandte der brennenden Stadt den Rücken zu. Die Kugel, in der sie und Marie standen, war vor der Katastrophe ein Restaurant gewesen, das vor allem bei Touristen beliebt war. Jetzt war es der Gemeinschaftsraum der kleinen Gruppe. Hier traf man sich, um Entscheidungen zu fällen und Probleme zu diskutieren. Im Moment war der Raum jedoch fast leer. Denn die meisten Ärzte und Schwestern waren in einer anderen Kugel mit der Sicherung der Virenstämme beschäftigt. Außer den beiden Frauen saß nur noch Jon an einem Tisch und machte sich Notizen. Nachdenklich betrachtete Daniel ihn. Sie war dem jungen Chirurgen immer aus dem Weg gegangen, da sie wie die meisten anderen Kollegen vermutete, dass er fürweil Wegens spionierte. Seine überhebliche Art tat ein weiteres, um ihn zum Außenseiter im Team der Ärzte zu machen. In den letzten Wochen hatte Daniel allerdings ihre Meinung über den Kollegen geändert. Sie wusste nicht, ob es daran lag, dass sie ihn besser kennenlernte oder daran, dass ihn die Ereignisse verändert hatten. Obwohl viele der Kollegen älter als er waren, hatte Jon das Kommando der Gruppe schon nach wenigen Stunden an sich gerissen. Wie ein Feldherr stellte er seine Truppen zusammen und kommandierte sie herum. Er war es auch, der ihnen einimpfte, dass Sicherheit an erster Stelle zu stehen hatte und erst dann das Wohl der Menschen außerhalb der Kugeln folgte. Damit manövrierte er eine Fraktion der Gruppe aus, die so schnell wie möglich in die Stadt zurückkehren wollte, um die medizinische Versorgung zu gewährleisten. Die Abkapselung von der Außenwelt tat ein Übriges, um ein »Wir gegen Sie« Gefühl hervorzurufen. Der Angriff der Plünderer musste für Jon fast wie ein Gottesgeschenk gewesen sein, bestätigte er doch, was er bisher gepredigt hatte. Nach all diesen Ereignissen war Daniel gezwungen gewesen, ihre Meinung über den jungen Kollegen zu revidieren. Vor der Katastrophe war er für sie nicht mehr als ein lästiges Ärgernis gewesen, dem man zwangsläufig auf dem Flur »Guten Tag« sagen musste. Jetzt wusste sie, dass er gefährlich war. Jon sah auf, als habe er ihre Gedanken gehört. Er lächelte. »Marie, Daniel, würdet ihr einen Moment zu mir kommen? Ich möchte euch etwas zeigen.« »Natürlich.« Daniel konnte nur mühsam ein Stöhnen unterdrücken. Die Kinderärztin machte keinen Hehl daraus, dass sie sich für Jon interessierte. In der Gruppe nannte man sie nur noch »Das Echo«, da sie die schlechte Angewohnheit entwickelt hatte, bei allen Diskussionen Jons Meinung einfach nachzuplappern. »Macht ist nun mal erotisch«, dachte Daniel mit einem innerlichen Schulterzucken, als sie sich zu Jon an den Tisch setzte. Marie zog einen weiteren Stuhl heran und setzte sich so dicht neben den Chirurgen, dass sie aussahen wie siamesische Zwillinge. Jon lächelte sie an. Daniel zündete sich ihre viertletzte Zigarette an und wurde mit zwei missbilligenden Blicken belohnt. Sie fühlte sich spontan besser. »Ich habe einen Lageplan des Atomiums erstellt.« Jon breitete einige Blätter auf dem Tisch aus, die mit Zeichnungen bedeckt waren. »Hier in den Kühlräumen lagern wir die Lebensmittel. In den Nebenräumen ist genügend Platz für die Laborbehälter und die Kisten. Seht ihr diesen Raum? Den könnte man relativ leicht sterilisieren, für den Fall, dass wir Operationen durchführen müssen. Dort sind die Schlafbereiche, weitere Lager und hier ist der Gemeinschaftsbereich.« Daniel betrachtete die Zeichnungen skeptisch. Jon hatte sich große Mühe gegeben, einen beinahe maßstabsgetreuen Plan zu erstellen, aber sie fragte sich nach dem Sinn seiner Arbeit. Keiner von ihnen hatte vor, die nächsten Jahre hier zu verbringen. Sie warteten alle nur darauf, dass die Polizei oder die Armee auftauchte und ihnen sagte, dass alles wieder in Ordnung sei. Das Bild des brennenden Brüssels tauchte vor Daniels geistigem Auge auf. Vielleicht dauerte es ja doch ein wenig länger. Marie plagten solche Zweifel nicht. Sie hatte sich ganz in das Werk ihres Angebeteten vertieft und studierte jede Zeichnung so genau, als sei sie das Werk eines neuen Picasso. Daniel hatte die Kinderärztin nie für sonderlich intelligent gehalten, aber in den letzten Wochen verhielt sie sich beinahe schon dümmlich. »Was ist denn das für ein Raum?« In ihren Augen las Daniel die Hoffnung, genau das Richtige gefragt zu haben. Und die Angst, die Frage könnte falsch sein. John nahm ihr das Blatt aus der Hand und strich es glatt. »Das, meine liebe Marie, ist das Herzstück unserer kleinen Festung.« »Die Waffenkammer?« Der Chirurg schüttelte den Kopf. Marie schloss sich der Geste an, obwohl sie keine Ahnung hatte, worum es ging. »Der Kinderhort. Unsere Zukunft.« Daniel setzte zu einer Entgegnung an, aber der junge Arzt fuhr unbeirrt fort. »Deshalb wollte ich euch beiden diese Entwürfe zuerst zeigen. Als Kinderärztin bzw. Psychologin seid ihr am besten geeignet, den anderen ein gutes Beispiel zu geben. Daher möchte ich, dass ihr zuerst schwanger werdet.« »Gerne, John.« Daniel starrte sie fassungslos an. Die Ebene war bei weitem nicht so flach, wie Matt angenommen hatte. Sie bestand vielmehr aus einer Reihe sanft ansteigender Hügel, die es erschwerten, die Entfernung zum Atomium richtig einzuschätzen. Mal sahen die Kugeln zum Greifen nah aus, nur um dann hinter dem nächsten Hügelkamm zu verschwinden. Deshalb wohl traf Matt der Anblick, der ihn auf der nächsten Anhöhe erwartete, völlig unvorbereitet. Gerade noch hatte er der bewusstlosen Arula Geschichten aus seiner Highschool-Zeit in Riverside erzählt, während der Freckkeuscher mit seinem schaukelnden Insektengang einen Hügel erklommen. Im nächsten Moment zog Matt die Zügel. »Wow!« Vor ihm lag das Atomium. Die einst silberhellen Kugeln und Verstrebungen, die das ins Gigantische vergrößerte Modell eines Atoms darstellten, waren mit Rost und verkrusteter brauner Erde bedeckt. Die Jahrhunderte, in denen starke Winde über die Ebene fegten, hatten den Strukturen ihren Stempel aufgedrückt. An den wenigen geschützten Stellen bedeckte Moos die Kugeln. Die Verstrebungen, die bis zum Boden reichten, waren mit rostigem Stacheldraht umwickelt. Inmitten des Bauwerks wehte eine weiße Fahne, auf der ein rotes Kreuz abgebildet war. Eine Botschaft, die anscheinend auch in diesem neuen Zeitalter ihre Bedeutung beibehalten hatte, denn Matt entdeckte eine Prozession von Menschen, die sich langsam in das Tal hinabschlängelte. Sie endete vor einem großen, hölzernen Tor, das von zwei Wachtürmen flankiert wurde. Von dem Tor ausgehend zog sich ein mehrere Meter hoher Palisadenzaun rund um ein Areal, in dem sich nicht nur das Atomium, sondern auch eine stattliche Anzahl von Holzhütten befanden, zwischen denen sich Menschen in einfacher Stoffkleidung bewegten. Matt war mittlerweile lange genug in dieser Welt, um die Zeichen des Wohlstands zu erkennen. Die außerhalb der Umzäunung liegenden Freckkeuscher-Stallungen waren voller Tiere. Mit Fellen beladene Andronen flogen über das Tal und fettleibige Händler boten ihre Waren entlang der Prozession und an Ständen vor dem Atomium an. Dem Dorf ging es gut. Matt lenkte den Freckkeuscher ins Tal hinab, vorbei an den Menschen, von denen einige aussahen, als lagerten sie bereits seit Tagen dort. Kranke und Verletzte ruhten unter notdürftig errichteten Zeltdächern, während die Angehörigen Karten spielten oder an kleinen, selbstgebauten Altären zu ihren Göttern beteten. Langsam ritt Matt an ihnen vorbei, bis er das Tor erreichte. Zwei Wachleute, die sich auf Speere stützten, sahen ihm gelangweilt entgegen. Sie trugen dünne Kleidung aus grauem Stoff, keine Schuhe und auch keinen anderen Schutz. Matt schätzte, dass sie nicht sonderlich oft angegriffen wurden. Verschwinde! Fremde werden hier nicht geheilt. Ihr lügt! Die Heiler helfen jedem, der zu ihnen kommt. Richtig! Ihr wollt doch nur bestochen werden! Sie sah Matt an. Ich hoffe, du hast etwas Wertvolles dabei, sonst ergeht es dir wie uns. Wir warten schon seit drei Tagen. Matt runzelte die Stirn. Wenn ihr nichts Wertvolles habt, warum wartet ihr da noch? Manchmal zeigen sie Gnade und lassen ein paar von uns ein. Und was sollten wir sonst tun? Mein Sohn hat sich bei der Jagd die Arme gebrochen. Der Schamane sagt, das wird nie wieder heilen, wenn er nicht mehr jagen kann, wovon sollen wir leben? Deshalb warten wir. Ihr Sohn senkte den Kopf. Matt rang sich ein verkrampftes Lächeln ab. Sie lassen euch bestimmt bald ein. Matt wollte ihnen ein wenig Hoffnung machen. Die beiden antworteten nicht. Matt wandte sich von ihnen ab und ritt weiter den Wachen entgegen. Die lösten sich aus ihrer gelangweilten Haltung. Ihre Speere streckten sie ihm drohend entgegen. Hast du nicht gehört, was ich gesagt habe? Matt ignorierte ihn, zog den abgerissenen Luperschädel aus einer Satteltasche hervor und hob ihn hoch. Urk vom Volk der Waldjäger schickt mich. Also mach keinen Scheiß und lass mich rein, fügte er in Gedanken hinzu. Ihr wollt euch doch wohl nicht mit einem Typen anlegen, der Wölfen die Köpfe abreißt. Das wollten die Wachen wohl wirklich nicht. Denn ihre Augen weiteten sich beim Anblick des Schädels. Nur Sekunden später hatten sie das Tor geöffnet und winkten Matt hektisch ins Innere des Areals. Wir werden sterben. Wir werden alle sterben. Die Gruppe saß eng aneinandergekauert im Gemeinschaftsraum. Jeder von ihnen trug mehrere Hosen und Pullover übereinander. Decken hingen um ihre Schultern. Die Finger steckten in dicken Handschuhen. Ein Notstromgerät vertrieb die größte Kälte. Aber trotzdem spürten sie, wie der Tod ihnen mit jedem Tag ein Stückchen näher kam. Jund schätzte, dass es draußen beinahe 50 Grad unter Null war. Im Inneren des Atomiums vielleicht 30 Grad wärmer. Niemand wird hier sterben. Wir werden den Winter überleben. Keiner antwortete. Sie alle wussten, dass nicht nur die Kälte, sondern auch die Vorräte über Leben und Tod entschieden. Bis vor zwei Monaten hatten sie noch regelmäßige Expeditionen in die Umgebung unternommen und nach Essbarem gesucht. Besonders in Supermärkten, die außerhalb der zerstörten Stadt lagen, hatten sie ihre Vorräte auffüllen können. Doch damit war längst Schluss. Der Kälteeinbruch, der sie Ende Oktober vollkommen überrascht hatte, war ihnen zuvor gekommen. Niemand von ihnen wagte sich mehr in die dunkle Außenwelt. Wo es so kalt war, dass ungeschützte Körperstellen innerhalb von Minuten erfroren. Dafür fehlte der Gruppe einfach die Ausrüstung. Jund wusste, dass sie bisher nur überlebt hatten, weil sie medizinisch so gut versorgt waren. Aus diesem Grund hatte er auch gegen eine ärztliche Versorgung der Bevölkerung plädiert. Er hatte Angst, dass sich die Neuigkeit herumsprach und erneut Plünderer auftauchten. Aber ausnahmsweise hatte er sich damit nicht durchsetzen können. Seine Kollegen bestanden darauf, jedem zu helfen, der darum bat. Raoul hatte sogar argumentiert, sie müssten das tun, da sie sich sonst der unterlassenen Hilfeleistung schuldig machten. Dafür könne man sie schließlich zur Verantwortung ziehen. Idioten, dachte Jund abfällig und sah sich in der kleinen Runde um. Manchmal glaubte er, dass niemand außer ihm begriffen hatte, was wirklich mit der Welt geschehen war. Menschen wie Marie oder Raoul klammerten sich immer noch an die Hoffnung, dass eines Tages die Normalität mit all ihren Straßenbahnen, Versicherungen und Fernsehern zurückkehren würde. Marie glaubte sogar, dass das Kind, das sie schon bald austragen würde, einmal eine Schule besuchen und studieren konnte. Aber dem war nicht so. Diese Welt gehörte der Vergangenheit an. Die Zukunft waren menschenleere Eiswüsten, Hunger und Tod. Wer darin überleben wollte, musste die alten Werte über Bord werfen und zu einem neuen Menschen werden, so wie er es getan hatte. Den Anfang hatte er vor acht Monaten gemacht, als er seine schärfste Kritikerin Daniel mit Psychopharmaka fütterte und in eine Kammer sperrte. Es war bestimmt nicht nett gewesen, den anderen gegenüber zu behaupten, sie habe den Verstand verloren und müsse zu ihrem eigenen Besten isoliert werden. Aber es war notwendig gewesen und Notwendigkeit war der einzige Wert, den Jund noch anerkannte. Da unten ist jemand! Die Krankenschwester Lieve, die auf ihrem Beobachtungsposten am Fenster stand, rief in seine Richtung. Jund stand auf und ging zu ihr hinüber. Tief unter der Kugel wurde ein kleines Lagerfeuer angezündet. In seinem Schein konnte Jund einige vermummte Gestalten erkennen, die sich darum versammelt hatten. Eine der Gestalten schwenkte eine Fackel, um die Aufmerksamkeit der Ärzte zu erregen. Der Anblick löste in Jund eine plötzliche Wut aus. Wie konnten sie es wagen, von ihnen Hilfe zu verlangen, wo die Ärzte doch selbst kurz vor dem Tod standen? Er zog Lieve die Decke von den Schultern, ignorierte ihre Proteste und rannte wortlos aus dem Zimmer. Einige Kollegen standen auf und folgten ihm langsamer. Jund stürmte durch den Gang bis zu dem Punkt, wo Raoul kurz nach ihrem Einzug das Korbliftsystem aufgebaut hatte. Es war ebenso primitiv wie wirkungsvoll. Der Lift wurde mit Hilfe eines Flaschenzugs bewegt und durch eine Luke im Boden nach unten gelassen. Jetzt war die Luke jedoch wegen der Kälte verschlossen und mit Stoffresten abgedichtet. Jund riss den Stoff aus den Fugen und öffnete die Luke. Die eisige Luft, die ihm entgegenschlug, raubte ihm für einen Moment den Atem. Tränen schossen aus seinen Augen und gefroren auf den Wangen. Was wollt ihr? Verschwindet! Vier Vermummte erhoben sich. Nur der fünfte blieb sitzen. Meine Frau hat schwere Erfrierungen. Sie braucht Hilfe. Das ist mir egal. Wir haben selber nichts. Jund, wir haben genug Medikamente. Schick die Leute nicht weg. Der Chirurg warf ihm einen wütenden Blick zu. Misch dich nicht in meine Angelegenheiten. Gehören sie nicht zu den Ärzten? Jund schlug die Luke zu. François schüttelte den Kopf. Du kannst dich nicht so verhalten, Jund. Wir haben eine moralische Verpflichtung zu helfen. Wenn du... Wir haben Fleisch! Die Stimme des Vermummten drang nur noch dumpf zu den beiden Männern hinauf. Jund riss die Luke wieder auf. Was hast du gesagt? Wir können sie bezahlen, wenn sie das möchten. Wir haben Fleisch und Gemüsekonserven. Auch etwas Holz. Der Chirurg sah François triumphierend an. Verstehst du mich jetzt? Wenn du nett zu diesem Pack bist, bekommst du gar nichts. Behandle sie, wie sie es verdienen und du kriegst alles, was sie haben. Wir lassen den Korb runter. Leg die Bezahlung hinein. Dann helf mir deiner Frau. Zwei Stunden später ließ Jund die versorgte Frau wieder im Korblift herunter. Vielen Dank und empfehlen Sie uns ruhig weiter. Lachend schloss er die Luke. Und wandte sich den anderen zu, die ihn wie einen Helden gefeiert hatten, als sie die Neuigkeiten erfuhren. Wir sind im Geschäft, verehrte Kollegen. Frohes neues Jahr. Van der Boer umarmte sie nacheinander. Nur vor François blieb er stehen. Kannst du zugeben, dass ich Recht hatte? Ich kann zugeben, dass ein Zufall dir Recht gab. Jons Gesicht verdunkelte sich für einen Moment. Dann lächelte er. Und schlug François freundschaftlich auf die Schulter. Wir werden uns schon noch einig. Zwei Tage später lag François tot im Schnee. Niemand erfuhr je, wie er dort hingekommen war. Der Eindruck, den er von der Anhöhe gewonnen hatte, war richtig gewesen. Das Dorf war wohlhabend. Matt sah Frauen, die an großen offenen Kochstellen Fleisch und Wurzeln zubereiteten. Alte Männer saßen in der Sonne und gabten Leder, während Kinder sorglos zwischen den Erwachsenen spielten. Nach dem Gespräch mit den wartenden Kranken konnte er sich denken, woher der Wohlstand stammte. Matt warf einen Blick auf das Atomium und entdeckte, dass sich eine kleine Menschenmenge davor gebildet hatte. Neugierig lenkte er den Fräckkäuscher dorthin. Einige Leute sahen ihn kurz an, reagierten aber nicht weiter auf seine Anwesenheit. Matt sah, dass ein Seil von der niedrigsten Kugel bis zum Boden herabhing. Daran war ein Korb befestigt, den ein älterer, kräftiger Mann mit Nahrungsmitteln füllte. Als der Korb voll war, trat er zurück. Zu seinen Füßen befand sich eine primitive Tragbare, auf der ein jüngerer Mann lag, dessen Gesicht fiebrig glänzte. Matt bemerkte die starke Ähnlichkeit zwischen den beiden. Sie schienen eng miteinander verwandt zu sein. Nach einem Moment wurde der Korb nach oben gezogen. Matt kniff die Augen zusammen, konnte aber nicht sehen, wer die Nahrung entgegen nahm. Ein zweites Seil fiel zu Boden. Der ältere Mann trat vor und knotete es an der Trage fest, die unmittelbar darauf den Weg nach oben antrat. Für Matt war es beinahe ein Wunder, dass der Kranke nicht von der schwankenden Konstruktion aus Fell und Holz herabfiel. Die Tragbare verschwand im Innern der Kugel. Der ältere Mann entspannte sich sichtlich und winkte einen Soldaten zu sich, der etwas abseits stand und einen Holzschemel in der Hand hielt. Der Uniformierte stellte mit einer Verbeugung den Schemel ab und wartete, bis der ältere Mann sich gesetzt hatte. Dann flüsterte er ihm etwas ins Ohr. Der ältere nickte und entgegnete ein paar Sätze, worauf der Soldat den Arm ausstreckte und mit dem Finger genau auf Matt zeigte. »Ist das jetzt gut oder schlecht?«, fragte sich der Amerikaner. Vorsichtshalber blieb er fluchtbereit auf dem Freck-Kolscher sitzen. Der Soldat richtete sich auf. »Fremder! Majestät Tschak, der Dritte, Herrscher von Brüssels und Gebieter über das Volk der Belgik, bitte dich um ein Gespräch.« Mit Beljek waren wohl die Belgier gemeint. Während Brüssels stark an Brüssel erinnerte, anscheinend trug die Ansammlung von Hütten jetzt diesen Namen. »Der Tonfall des Soldaten klang nicht gerade bedrohlich,« entschied Matt. Er sprang von dem Freck-Kolscher und hob Arula aus dem Sattel. Die Menge machte ihm respektvoll Platz, als er mit ihr in den Armen auf den einfach gekleideten älteren Mann zuging, dessen Titel so königlich klang. Ein weiterer Soldat erschien mit einem Schemel und bedeutete Matt mit einer Geste, sich zu setzen. Zwei Frauen lösten sich aus der Menge, als Matt Arula sanft zu Boden gleiten ließ. Misstrauisch wollte er sie davon abhalten, sich seiner Gefährtin zu nähern, aber dann bemerkte er, dass sie feuchte Tücher in der Hand hielten. Damit hatten sie wohl dem jungen Mann geholfen und wollten jetzt auch Arula versorgen. Matt nickte ihnen dankbar zu und ließ sie gewähren. Majestät Chuck III. sah ihn an. »Hast du gegessen und getrunken, Freund?« Die Art, wie er die Frage stellte, machte Matt klar, dass sie nicht mehr als eine Grußfloskel war, die in dieser Gegend wohl anstelle der üblichen Friedensbekundungen verwendet wurde. Er wußte nicht, wie man richtig darauf antwortete. Also überging er die Frage einfach. »Mein Name ist Madrax. Ich bin weit gereist, um meine Gefährtin Arula zu den Heilern zu bringen. Sie ist sehr krank.« Chuck nickte. »Ihr wird geholfen werden.« Sein Blick glitt hinauf zu den Kugeln. »Mein Sohn Ruud ist gerade dort oben. Ein böser Geist hat seinen Körper besessen und lässt ihn glühen. Wenn er geheilt ist, bitten wir die Herren der Himmelskugeln um Hilfe für deine Gefährtin.« Er schien keinen Zweifel daran zu haben, dass die Heiler seinen Sohn retten würden. In einer Zeit, wo die meisten schweren Erkrankungen mit dem Tod endeten und selbst die Schamanen eine Trefferquote von weit unter 50 Prozent hatten, sagte dieses Vertrauen sehr viel über die Fähigkeiten der Heiler aus. Und es weckte in Mad den Verdacht, einem Geheimnis auf die Spur gekommen zu sein. »Erzell mir von Ihnen.« Chuck hob die Schultern. »Es gibt nicht viel zu erzählen. Wir geben den Heiler Nahrung, Stoffe, Werkzeuge und Holz. Als Gegenleistung helfen sie den Kranken. Sonst wissen wir nichts über sie. Niemand weiß, weshalb sie dort oben sind oder wie sie aussehen. Wenn du die alten Weiber nach ihnen fragst, werden sie dir eine Menge Geschichten erzählen. Sie sagen, dass die Heiler ihr Wissen von den Göttern stahlen und zur Strafe so schrecklich entstellt wurden, dass ihr Anblick einen Menschen töten würde. Manche behaupten auch, die Kugeln würden den Himmel davon abhalten, auf uns zu stürzen oder dass die Heiler verstoßene Götter sind, die zur Buße Menschen helfen müssen. Aber die Wahrheit ist, dass niemand wirklich etwas weiß und all diese Geschichten Unsinn sind. Außer die mit dem Himmel vielleicht. »Aber müssten die Kranken nicht wissen, wie die Heiler aussehen?« »Nein, denn sie kommen in einem dunklen Raum an und schlafen sofort ein. Manche haben am nächsten Tag hier einen blauen Fleck. Andere haben nichts außer einem kleinen roten Punkt.« Er zeigte auf seine Armbeuge. »Spritzen«, dachte Matt überrascht. Die Heiler betäubten die Kranken mit Injektionen. Sie müssten technisch wesentlich weiterentwickelt sein als die Menschen in diesem Dorf. Matt fielen die Technos ein, die er in London zu finden hoffte, aber er wies den Gedanken gleich wieder von sich. Das Immunsystem der hochentwickelten Bunkermenschen war so schwach, dass sie schon der Aufenthalt in normaler Luft tötete. Sie hätten sich nie mit Kranken umgeben. Also musste es eine andere Erklärung für dieses Rätsel geben. Matt sah hinauf zu den schmutzig-braunen Kugeln und fragte sich, welches Geheimnis sich dahinter verbarg. »Wie kommt es, dass Urk dich unter seinen Schutz gestellt hat, Madrax?« »Hat er das?«, wollte Matt entgegnen, bremste sich aber. Er vermutete, dass er den freundlichen Empfang nur der Tatsache zu verdanken hatte, dass die Bewohner von Bristles glaubten, er habe etwas mit Urk zu tun. Diesen Glauben wollte er erhalten. »Wir haben zusammen gekämpft.« Das schien die richtige Antwort zu sein, denn Chuck hob beeindruckt die Augenbrauen. »Du musst ein mächtiger Krieger sein, wenn du an Urks Seite kämpfen durftest. Ich fühle mich geehrt, dich als mein Gast in meiner Stadt zu wissen.« Matt neigte nichtssagend den Kopf und überließ Chuck die Interpretation dieser Geste. Er wollte es nicht übertreiben. Außerdem ließ ihn etwas am Tonfall des Königs aufhorchen. Es war nicht nur Bewunderung, die aus seinen Worten klangen, sondern auch lautes Rufen riss ihn aus seinen Gedanken. Die Menge deutete hinauf zu den Kugeln. Dort war die Tragbare wieder aufgetaucht und wurde am Seil heruntergelassen. Chuck stand auf. Einige Männer griffen nach der Trage, als sie niedrig genug war, und setzten sie vorsichtig ab. Ruth stützte sich auf die Ellbogen und schwang die Beine über den Rand. Die Männer wollten beim Aufstehen helfen, aber er schüttelte nur den Kopf und kam schwankend hoch. Ruth war geheilt. Echzend erhob sich Daniel von ihrem Feldbett. Ihr Rücken schmerzte, die Knie knirschten. Und das lange Kleid, das sie trug, spannte sich so eng über ihren Bauch, dass schon mehrere Knöpfe abgerissen waren. So war es jedes Mal. Aber Daniel fand nichts mehr dabei. Sie legte eine Hand auf ihren Kugelbauch, der so stark vorstand, als habe sie einen Medizinball verschluckt, und spürte das Leben, das sich darunter regte. Aus Erfahrung wusste sie, dass es nur noch wenige Tage bis zur Geburt waren. »Warum tue ich mir das an?«, fragte sie sich plötzlich. Aber der Gedanke verschwand, so schnell, dass sie ihn nicht mehr greifen konnte. Daniel legte sich den schweren Mantel um ihre Schultern und schlurfte durch den Gang in Richtung des Gemeinruhms. Es war kalt im Atomum. Ihr Atem stand als weiße Wolke vor ihrem Gesicht. John hatte ihr erklärt, warum das so war, aber so sehr sich Daniel auch bemühte, es fiel ihr nicht mehr ein. Das geschah in letzter Zeit häufig. Sie vergaß Dinge, die ihr früher selbstverständlich erschienen waren. Auch das Leben, das sie vor der Katastrophe gelebt hatte, spukte nur noch als eine Abfolge verschwommener Bilder durch ihr Gedächtnis. Daniel betrat den Gemeinruhm. Zwei andere hochschwangere Frauen, Marie und Lieve, nickten ihr freundlich zu, als sie sich mühsam auf einen Stuhl niederließ und nach dem Kugelschreiber griff, der vor ihr lag. Einen Moment betrachtete sie den Stift, unsicher, wie sie ihn bedienen sollte. »Tumus darf die Spize drucken«, Daniel lächelte sie dankbar an und drückte auf die Spitze des Kugelschreibers. Marie war ihre beste Freundin. Sie war auch die einzige in der Gruppe, mit der Daniel noch reden konnte, denn alle anderen verstanden ihre Worte nicht mehr. Nur Marie sprach genau so wie sie. Daniel nahm ein Blatt Papier, legte es vor sich und zog die Buchseiten heran, die sie abzuschreiben hatte. Das war eine wichtige Aufgabe, die sie gemeinsam mit den anderen schwangeren Frauen erledigen musste. Jon wollte, dass sie möglichst viele Kopien eines Buchs erstellen, das er »Mizinlexikon« nannte. Daraus las er der Gruppe jeden Abend vor, auch wenn er nicht immer alle Worte richtig aussprechen konnte. Aus den Kopien sollten die Mütter ihren Kindern vorlesen, damit das Wissen um die Medizin nicht verloren ging. Daniel erledigte diese Arbeit sehr gerne. Es war zwar schwierig, die vielen verschiedenen Buchstaben voneinander zu unterscheiden, aber sie machte nur wenig Fehler. Sie hatte auch viel Übung. Denn da in wenigen Tagen ihr neuntes Kind geboren werden würde, hatte sie die letzten Jahre mit nur wenigen Unterbrechungen damit verbracht. Störend war nur, dass ihr manchmal, wenn sie sich stark auf die Arbeit konzentrierte, Dinge einfielen. In diesen kurzen Momenten begriff sie, was mit ihr geschehen war. Dann zogen die Namen der Psychopharmaka, mit denen Jon sie gefügig gemacht hatte, an ihrem inneren Auge vorbei. Irgendwann hatte er damit aufgehört. Sie wusste nicht warum, aber es hatte auch nichts geändert. Der Prozess, den Jon Degenerierung nannte, war bereits so weit fortgeschritten, dass sie ebenso wie Marie zufrieden mit ihrem Schicksal war und glücklich über jedes bisschen Aufmerksamkeit, das Jon ihr schenkte. Sie hörte Schritte vor der Tür und sah auf. Einige Männer gingen mit einer Trage, auf der eine ohnmächtige Frau lag, am gemeinen Ruhm vorbei. Daniels Herz schlug kräftiger, als sie Jon unter ihnen sah. Er warf einen Blick in das Zimmer und lächelte sie an. Wie geht es meinen Lieblingshuhn? Gut, uns geht es gut. Sie freute sich, dass Jon sich trotz der vielen Aufgaben noch Zeit für seine Frauen nahm. Und es erfüllte sie mit Stolz, dass er die Gruppe auch aus ihrer letzten schweren Krise geführt hatte. Die hatte vor Monaten begonnen, als einige Menschen ihre Zelte in der Nähe des Atonums aufschlugen. Raoul hatte während eines Gesprächs gefragt, ob man sie nicht ebenfalls zu Medizins ausbilden könne, damit sie ihr Wissen in die Welt tragen könnten. Jon hatte das natürlich abgelehnt. Er wusste, wie Daniel auch, dass dieses Wissen ein Geheimnis war und nur innerhalb der Gruppe an die Kinder weitergegeben werden durfte. Schließlich bekamen sie nur deshalb Lebensmittel und Ausrüstung, weil sie etwas hatten, das sie anderen brauchten. Raoul verstand das nicht. Er wollte sogar das Atonum verlassen, weil er Angst vor etwas hatte, das er Inzucht nannte. Ein paar andere Medizinen schlossen sich ihm an. Beinahe wäre es zu einer Revolte gekommen. Aber dann verschwand Raoul plötzlich. Jon sagte, er sei zu den fremden Menschen gezogen, um sich mit ihnen gegen seine Gruppe zu verbünden. Um sie zu schützen, verbot Jon den Kontakt zu diesen Menschen und behandelte die Kranken nur noch, wenn sie betäubt waren. Daniel hatte ihn später einmal gefragt, ob sie denn nie wieder andere Menschen sehen dürften. Daraufhin hatte ihr Jon geduldig erklärt, es ginge um Macht und dass man mehr davon hätte, wenn die anderen wenig über einen wüssten. Jon nannte das die Erhaltung der Aura des Geheimnisvollem. Ruth wirkte immer noch blass, doch der fiebrige Glanz auf seinem Gesicht war verschwunden. Chuck ergriff seine Arme. Mein Junge, geht es dir gut? Ja, Vater. In ein paar Tagen werde ich sicher wieder auf die Jagd gehen. Ruth sah Fragen zu Matt herüber. Das ist Madrax. Er steht unter dem Schutz von Urk. Wir werden die Heiler bitten, seine Gefährtin zu retten. Können wir sie jetzt darum bitten? Nein. Zuerst müssen wir neue Geschenke für die Heiler holen. Matt fluchte lautlos. Er hätte die Zeit, in der Ruth in den Kugeln war, nutzen können, um das zu erledigen. Aber Chuck hatte ja nichts gesagt. Er ging neben Arula in die Hocke und strich ihr über das Gesicht. Das Fieber zehrte ihren Körper immer weiter aus. Eine Frau versuchte, ihn zu beruhigen. Sorge dich nicht. Sie wird bald wieder gesund sein. Matt nickte. Matt ging davon aus, dass die Heiler über einen neuen Strang von Antibiotika verfügten, die in den letzten Jahren vor der Katastrophe perfektioniert worden waren. Nur so war es zu erklären, dass Ruth schon nach wenigen Minuten fieberfrei war. Chuck, wo kann ich die Geschenke für die Heiler bekommen? Der ältere Mann lächelte. Da heute ein Freudentag ist, werde ich meine privaten Vorratskammern öffnen, um die Herren der Himmelskugeln zu beschenken. Du bist mein Gast, Madrax. Folge mir in mein Haus. Matt sah zurück zu Arula. Sie schien bei den Frauen gut aufgehoben zu sein. Am liebsten wäre er bei ihr geblieben, aber im Moment half er ihr nur, wenn er ihr so schnell wie möglich die Geschenke besorgte. Also folgte er Chuck und seinem Gefolge durch das Dorf und richtete es so ein, dass er neben Ruth ging. Möglicherweise wusste dieser mehr über die Heiler. Aber der junge Mann schüttelte auf seine Frage nur den Kopf. Ruth dachte einen Moment nach. Da waren Schatten, aber es konnte niemanden erkennen. Ich weiß nicht, was die Heiler getan haben, aber mein Kopf ist jetzt wieder klar. Nur hier tut es weh. Er berührte seinen Hals. Seltsam, dachte Matt. Wenn er sich nicht täuschte, lagen an dieser Stelle die Lymphdrüsen. Wieso hatte Ruth nach der Behandlung durch die Heiler dort Schmerzen? Aus den Augenwinkeln musterte er Ruth genauer. Er schien nicht so gesund zu sein, wie er sich fühlte. Obwohl sie erst mehrere Minuten gegangen waren, hatte sich ein dünner Schweißfilm auf seiner Stirn gebildet. Matt glaubte, dunkle Flecken unter seiner Haut zu erkennen. Schucks Stimme riss ihn aus seinen Beobachtungen. Bitte tritt ein, Madrax. Sie waren vor einer Holzhütte stehen geblieben, die nur unwesentlich größer als die anderen Wohnhütten war. Der Majesté schien seine Stellung nicht auszunutzen. Matt zog den Kopf ein, um sich nicht an der niedrigen Tür zu stoßen, und betrat den Wohnraum. In einer Ecke sah er eine große Feuerstelle, die im Winter wohl das Haus beheizte, und eine Leiter, die in die obere Etage führte. Beherrscht wurde der Raum jedoch von einem großen Holztisch, um den mehrere Stühle gruppiert waren. Auf einem davon saß eine ältere Frau mit verbitterten Gesichtszügen. Als sie ihren Sohn eintreten sah, hältte sich ihre Mina auf. Ruth, dein Göttern sei Dank, du bist gesund. Sie streckte die Arme nach ihm aus, stand aber nicht auf. Sie ist gelähmt, erkannte Matt im gleichen Moment, als er ihre dünnen, beinahe verkümmerten Beine sah. Chuck bemerkte seinen Blick. Meine Frau ist vor langer Zeit gestürzt. Die Heiler konnten ihr nicht helfen. Matt nickte, während sich Ruth an ihm vorbeidrängte, um seine Mutter zu begrüßen. Plötzlich strauchelte er. Seine Hände griffen nach der Tischkante, fassten ins Leere. Schwer schlug Ruth zu Boden und blieb zitternd liegen. Chuck und seine Frau schrien fast gleichzeitig auf. Der Majesté wollte sich zu seinem Sohn herabbeugen, aber Matt zog ihn zurück. Nicht anfassen. Er sah in das verängstigte Gesicht des Jungen und schluckte, obwohl er kein Arzt war. Und nie mehr als die militärische Erste-Hilfe-Ausbildung absolviert hatte, gab es Krankheiten, die sogar er auf einen Blick erkennen konnte. Zum Beispiel die Beunenpest. Die vor ihm sitzenden Assistiers neigten die kahlrasierten Köpfe und nahmen die Kopien des Heiligen Buches zur Hand. In den Taschen ihrer weißen Kittel blitzten Skalpelle, silbern im Kerzenlicht. Weh hoheret abdominell, dem unterleibende Treffen, anisokori, seite der rechte Weide der Bogenen. Yon öffnete das Buch an anderer Stelle und hob den Zeigefinger. Die Medizins zogen die Skalpelle aus den Taschen und ließen sie durch die Luft gleiten. Minutenlang wiederholten sie die Bewegungen, bis Yon der Zweite weitersprach. Er schlug das Buch zu und legte es zurück auf die geweihten Tücher. Noch auf dem Totenbett hatte er seinem Vater Yon versprechen müssen, den Assistiers Lesen und Schreiben beizubringen und ihnen immer wieder aus dem Heiligen Buch vorzulesen. Yon verstand, dass es wichtig war, die Geheimnisse der Ahnen zu bewahren, aber auf die täglichen Lesungen hätte er am liebsten verzichtet. Zum einen fiel ihm das Entziffern der Buchstaben selbst nicht leicht, zum anderen konnten die Assistiers die Passagen ohnehin auswendig. Warum sollten sie sich unnötig mit geschriebenen Worten aufhalten, wenn ihr Gedächtnis auch ausreichte? Nur sein Versprechen hielt Yon den Zweiten davon ab, die Lesungen zu beenden. Zwei Jungen, die noch nicht das Alter des Studis erreicht hatten, liefen eilig zu einer Seitentür des Geruhms und zogen eine Tragbare herein. Darauf lag der Leichnam einer Frau seines Vaters, die erst vor kurzem in hohem Alter verstorben war. Sie hatte nie ein Wort gesprochen. Deshalb wusste niemand, wie alt sie wirklich geworden war. Die Kinder stellten die Bahre vor dem Medizin ab und verneigten sich tief. Yon band sich ein Tuch vor den Mund und zog dünne, blutbesudelte Handschuhe an. Das Ritual verlangte zwar saubere Kleidung, aber in letzter Zeit waren gerade die Handschuhe knapp geworden. Die Kittel der Assistiers raschelten, als sie sich neugierig vorbeugten, um ihren Meister bei der Arbeit zuzusehen. Skalpell! Ein Junge reichte es ihm. Yon sah, dass seine Hände ungewaschen waren, und beschloss, ihn nach dem Ritual zu züchtigen. Assistiers! Der Autopsie! Wie erklärt man Menschen, die noch nie in ihrem Leben von Bakterien gehört haben, was die Pest ist? In der praktischen Umsetzung dieser theoretischen Frage verschwendete Matt mehr als eine Viertelstunde. In dieser Zeit erzählte er seinen zweifelnden Zuhörern von kleinen Tieren, die man mit bloßem Auge nicht sehen konnte, die aber trotzdem tödlich waren. Er versuchte ihnen das Prinzip der Ansteckung zu erklären und wie man sie durch Hygiene vermeiden könne, vor allem aber betonte er, wie wichtig es sei, die Kranken zu isolieren. Einige seiner Zuhörer wandten sich kopfschulend ab. Es war klar zu sehen, dass sie Matt kein Wort glaubten. Selbst Chuck, der anfangs noch konzentriert gelauscht hatte, spielte jetzt abwesend mit einem kleinen Hund. Also gut, um das Ganze auf den Punkt zu bringen. Es ist ein böser Geist. Die Minen der Zuhörer hältten sich auf. Matt spürte förmlich, wie sich die Aufmerksamkeit plötzlich auf ihn konzentrierte. Chuck trat den Hund zur Seite und stand auf. Warum sagst du das nicht gleich? Weißt du auch, wie man ihn bannen kann? Ich weiß zumindest, wie man ihn daran hindert, noch mehr Menschen zu befallen. Matt sah sich in der Runde um. Das ganze Dorf schien sich vor Chucks Hütte versammelt zu haben. Selbst seine Frau Eli war auf ihrem Stuhl nach draußen getragen worden. Sie weinte. Matt konnte ihr das nicht verdenken. Zuerst war ihr Sohn krank, dann gesund, dann noch schwerer krank. Und jetzt verbot ihr ein Fremder auch noch, neben seinem Bett zu sitzen und ihn zu pflegen. Mit seiner Behauptung, der Krankheit bei einer Reise schon einmal begegnet zu sein, hatte sich Matt genügend Autorität verschafft, um das Kommando an sich zu reißen. Er hatte Ruth in einer kleinen Hütte isoliert, die Trage verbrennen lassen, auf der er von den Heilern zurückgebracht worden war, und allen, die Ruth berührt hatten, geraten, sich sorgfältig mit heißem Wasser zu waschen. Er bezweifelte, dass sie sich daran hielten. Arula hatten die Frauen in eine andere Hütte gebracht und kümmerten sich dort um sie. Matt hoffte, dass sich ihr Zustand nicht verschlechtert hatte. Persönlich davon überzeugen konnte er sich jedoch nicht. Denn auch er hatte Ruth berührt. Es sind die Heiler. Sie wollen uns vernichten. Das ist nicht wahr. Sie haben vielen von uns geholfen. Manche Krankheiten können sie nun mal nicht. Siehst du denn nicht, was passiert? Sie rotten deine Familie aus. Zuerst verhindern sie, dass ich dir mehr als einen Sohn gebären kann. Dann strafen sie diesen Sohn mit einer Krankheit. Die Heiler haben uns verflucht. Warum sollten sie das tun? Ihr versorgt sie doch mit Nahrung. Ohne euch können sie da oben gar nicht überleben. Sollen sie doch verhungern. Mit Eli war nicht zu reden. Die Verbitterung über ihre Behinderung und die Sorge um ihren Sohn ließen sie zur Furie werden. Matt stellte sich vor, wie Eli jahrelang die Menschen beobachtet hatte, die todkrank zu den Heilern geschickt wurden und gesund zurückkehrten, während sie selbst ohne Hoffnung auf Hilfe an einen Stuhl gefesselt war. Die Krankheit ihres Sohns war nicht mehr als der Tropfen gewesen, der das sprichwörtliche Fass zum Überlaufen brachte. Mama, mir ist schlecht. Matt drehte sich um und sah, wie ein kleines Mädchen in die ausgestreckten Arme seiner Mutter sank. Am Hals des Kindes befanden sich dunkle Flecken. Matt fluchte stumm. Er hatte gehofft, die Krankheit durch die rasche Quarantäne Ruths in den Griff bekommen zu haben. Jetzt musste er sich eingestehen, dass in Vorsichtsmaßnahmen mehr als dilettantisch gewesen waren. Er hätte jeden, einschließlich sich selbst, isolieren müssen, der mit Ruth in Berührung gekommen war. Das hatte er nicht getan. Und die Pest rächte sich dafür. Mit der Gnadenlosigkeit eines militärischen Gegners. Sie schlug zu. Matt ließ sich unauffällig in die hinteren Reihen der Menge drängen, in deren Mitte Eli mit neu empfachtem Eifer gegen die Heiler predigte. Wenn sie so weitermacht, hetzt sie noch das ganze Dorf auf, dachte er, mit einem mulmigen Gefühl. Er war sicher, dass die Menge nur noch ein oder zwei Krankheitsfälle benötigte, um sich endgültig von Eli anstacheln zu lassen. Diesem Mob musste er zuvor kommen. Matt ging den breiten Weg entlang, der zum Atomium führte, und versuchte, eine logische Begründung für den Ausbruch der Beulenpest zu finden. Es war möglich, dass Ruth vorher bereits krank gewesen war und die Heiler erkannt hatten, dass sie ihm nicht helfen konnten. Nur widersprach dieses Szenario Mads Annahme, die Bewohner der Kugeln hätten Antibiotika. Damit wäre es ein leichtes, die Pest zu heilen. Eine weitere Möglichkeit war, dass die Heiler Ruth absichtlich mit der Krankheit infiziert hatten. Aber daran wollte Matt nicht so recht glauben. Nur eins war sicher. Im Innern der Kugeln befand sich die Antwort auf all seine Fragen. Dort musste er hin. Matthew blieb stehen, als er die Hütte erreicht hatte, in der er Ruler lag. Die Tür war geschlossen. Ebenso die hölzernen Fensterläden, die verhindern sollten, dass die Wärme des Tages durch die glaslosen Öffnungen entwich. Matt hob einige kleine Steine auf und warf sie gegen das Holz. Nach einem Moment öffnete sich ein Fensterladen. Eine der beiden Frauen, die Arula versorgten, lehnte sich hinaus. Vorsichtshalber trat Matt einen Schritt zurück. Wenn er sich wirklich mit der Pest infiziert hatte, konnte er nicht vorsichtig genug sein. Wie geht es ihr? Die Frau neigte den Kopf. Es war ihr anzusehen, dass sie nicht wusste, ob sie lügen sollte. Sag mir die Wahrheit. Es tut mir leid, aber deine Gefährtin wird die Nacht nicht überleben. Der böse Geist, der in ihr wohnt, ist zu stark. Mads Herz setzte einen Schlag aus. Wie in Trance dankte er der Frau für ihre Ehrlichkeit und ging weiter den Weg entlang. Du musst etwas tun, forderte eine innere Stimme. Hilf ihr. Hinter dem Atomium versank die Sonne in einem blutroten Himmel. Matt blieben nur noch wenige Stunden, um Arula zu retten, wenn es nicht bereits zu spät war. Er schob den Gedanken beiseite und konzentrierte sich wieder auf die Aufgabe, die vor ihm lag. Ein Scheitern kam nicht infrage. Medizin Schrevien küßte das Glas, hinter dem das heilige Buch lag, und drehte sich zu den Assistiers um, die mit geneigten Köpfen vor ihm standen. Schrevien war erst seit zwei Wintern ihr Medizin und war nicht älter als die meisten von ihnen. Traditionell wurde der Titel des Medizin vom Vater auf den Sohn vererbt. Aber Evrek war kinderlos gestorben. Die Dotres beriefen daraufhin eine Versammlung ein, um über die Nachfolge zu beraten. Es kam zu einem kurzen, aber heftigen Erbfolgekrieg, bei dem zwei Dotres ums Leben kamen und vier Assistiers derart schwer verletzt wurden, dass sie ihre Studien nicht mehr ausüben konnten. Dieser Verlust wog so schwer, dass sich die sechs übrigen Dotres-Zufriedensverhandlungen in der Virokugel trafen. Drei Tage später ernannten sie Schrevien zu ihrem neuen Medizin. Eine Sensation, denn der gerade mal 20 winteralte Mann hatte seine Prüfung zum Dotre noch nicht abgelegt. Schrevien machte sich keine Illusionen über die Gründe für seine Ernennung. Man hatte ihn nicht wegen seiner Brillanz zum Medizin gemacht, sondern wegen seiner vollkommenen Unauffälligkeit. Kein Dotre war Schreviens Mentor gewesen. Niemand hatte je versucht, ihn in Intrigen der verschiedenen Grobs einzuweihen. Er begnügte sich mit der Frau, die man für ihn erwählt hatte und hätte keinen einzigen körperlichen oder geistigen Defekt, der sonderlich aufgefallen wäre. Schrevien war, bis auf eine angeborene Hörschwäche, einfach normal. Es gab nur eine Sache, die er wirklich gut beherrschte und die ihn von allen anderen Assisties und Dotres unterschied. Schrevien konnte lesen. Nicht, dass er sich um diese Kunst gerissen hatte, aber er hatte keine andere Wahl gehabt, als sich dem Wirrwarr aus Buchstaben und Zeichen zu stellen und sie mühsam zu erlernen. Während die Assisties, mit denen er gemeinsam am Unterricht teilnahm, den Worten der Dotres und der Medizines folgten, hatte Schrevien in dieser Zeit nichts anderes zu tun, als die Zeichnungen Jons an der Wand zu betrachten oder die mumifizierten Leichenteile in den Regalen zu bewundern. Da er fast taub war, verstand er nichts von dem, was im Unterricht besprochen wurde. Wer mit ihm reden wollte, stellte sich am besten dicht vor sein Gesicht und schrie ihn an. Meistens war es in Schreviens Wild jedoch sehr still, denn nur wenige machten sich die Mühe, sich brüllend mit ihm zu unterhalten. Anfangs hatte der Medizin ihn sogar vom Unterricht ausschließen wollen, da er nicht wusste, wie er dem Jungen sein Wissen vermitteln sollte. Doch dann hatte er sich an die Kopien des Heiligen Buchs erinnert und eine davon Schrevien geschenkt. Der Medizin hatte ihm mit Hilfe eines schreienden Assisties die verschiedenen Buchstaben erklärt, die meisten davon falsch, wie Schrevien heute wusste, und ihn sich selbst überlassen. Als der Junge die ersten Worte begriff, eröffnete sich ihm eine neue Welt, die in der Lage war, auch ohne Stimme zu ihm zu sprechen. Inzwischen hatte Schrevien die Kopien des Heiligen Buchs schon so oft gelesen, dass er ganze Kapitel auswendig zitieren konnte. Manchmal fragte er sich, ob die Ahnen die Kunst des Lesens nur für dieses eine Buch entwickelt hatten, oder ob es in längst vergangenen Zeiten vielleicht sogar mehrere Bücher gegeben hatte. Das war ein beinahe ketzerischer Gedanke, den er für sich behielt. Ebenso sagte er niemandem, was ihm nach dem Studium der Kopien aufgefallen war. Sie wichen voneinander ab. Bei manchen unterschieden sich nur ein paar Worte, bei anderen fehlten ganze Kapitel, die überraschend in den nächsten Kopien wieder auftauchten. Schrevien verbrachte jede freie Minute mit der Suche nach der Urfassung des Buchs. Er war sicher, dort auf die richtigen Diagnose zu Krankheiten zu stoßen, die er nicht heilen konnte. Einfacher wäre es natürlich gewesen, das heilige Buch hinter dem Glas hervorzunehmen und es anstelle der Kopien zu lesen, aber eine Berührung des Buches wurde mit dem Tod bestraft. Selbst er als Medizin konnte sich das nicht herausnehmen. Medizin, Schrevien drehte den Kopf und sah direkt in das vor Anstrengung gerötete Gesicht eines Assistiers. Anscheinend bemühte sich der Junge schon länger um seine Aufmerksamkeit. Du musst mir auf die Schulter kloppen, wenn du was wirst. Der Junge nickte und holte Tiefluft. Medizin, Edotres warten auf euch zur Operation. Gut, bedankt. Schrevien tastete nach dem Skalpell in seiner Tasche, als er den Raum verließ und über die lange Metalltreppe in die nächste Kugel stieg. Sein Daumen strich über die Klinge, ohne auch nur eine kleine Verletzung davon zu tragen. Das Skalpell war stumpf, beinahe schon unbrauchbar. Um feinere Schnitte auszuüben oder in Körperregionen zu arbeiten, wo kein Druck auf das Gewebe ausgeübt werden durfte, war es nicht mehr zu verwenden. Evrek hatte das Problem schon vor vielen Jahren erkannt und mit normalen Klingen experimentiert. Die Operation endete in einer Katastrophe. Zum Glück war er klug genug gewesen, das Experiment an einem der Iren durchzuführen, so dass der Ruf der Heiler im Dorf nicht gelitten hatte. Schrevien wünschte, sie wären selbst in der Lage, Skalpells herzustellen. Aber das waren sie nicht. Also musste er eine andere Lösung für das Problem finden. Er stieß die Tür zum Operationssaal auf. »Gut Morgen, Dotriss!« Sie verneigten sich vor ihm. »Gut Morgen, Medizin!« Zwei Asisties traten vor und begannen das Ritual. Nacheinander banden sie Schrevien und den Dotriss Stoffbinden um den Kopf und beträufelten sie mit dem heiligen Alhol. Dann umwickelten sie die Finger der Männer mit weiteren Stoffen, die ebenfalls beträufelt wurden. Sie verneigten sich vor ihnen und verließen den Raum. Schrevien und die Dotriss nahmen ihre Skalpelle aus den Taschen und tauchten sie tief in den heiligen Alhol. »Möchte Pofta Waldecks mit uns sind?« Sie drehten sich zu dem langen Holztisch um, auf dem der betäubte Patien lag. Die Asisties, die die Patienen stets am Lift in Empfang nahmen, hatten ihn bereits ausgezogen. Schrevien musste nicht fragen, welche Krankheit der Mann hatte. Die Beinverletzung war offensichtlich. »Femur, Fraktione, Multiple«, die Dotriss nickten. »Amputation«. »Jo.« Schrevien stimmte zu, nachdem er sich mit einem Blick davon überzeugt hatte, dass noch genügend Medika im Regal standen. Der Medizin wusste nicht, wozu sie dienten. Aber das heilige Buch schrieb ihren Einsatz bei vielen Krankheiten und bei allen Operations vor. Es war seine wichtigste Aufgabe, stets die wichtigsten Medika aus der Virunkugel bereitzustellen. Auch dabei half ihm seine Lesekunst. Denn es wäre ihm schwer gefallen, sich nur zu merken, wo die Richtigen standen, so wie es seine Vorgänger getan hatten. Er verließ sich lieber auf die Aufschrift der Behälter. Schrevien steckte das Kalpell weg, das er bei dieser Operation nicht brauchen würde, und griff nach der Säge. Seine Arbeit begann.